Oh, hier. Warum gibt's davon immer nur so wenig? Hä? Da war ich doch drin! Ich kann nichts mehr aufnehmen, ich bleib einfach voll. Oh! Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Souchong. Souchong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Souchong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Souchong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Souchong muss darüber nachdenken. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Eventuell. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Ist ja gut. Trinkt mir das hier irgendwas? Trinkt mir das hier irgendwas? Alles nischt. Bringt mir nischt. Wozu ich das doch hier... Ich werde mich das! Ich werde mich ein... ...BITTER! Ich werde mich das... ...Tarren! Aaaaaah! 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 Will ich wissen, was da jetzt wieder unten vor sich geht? Ja, ich weiß, was meine Mission ist! Warum tue ich das? Nein! Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Haupthalle. Boah, ich erschreck mich jedes Mal. Die Kontaminierungsalarm! Ja, genau. Library! Hier sollen die Stiefel sein. Ich will ja nichts sagen, Contain, Atlas, wie auch immer, aber du wolltest mich abmorgsen. So, du bist jetzt lieb. Nichts. Nichts. Ich kann nicht rummischt holen. Much! Nix da. Ja, wir gehen direkt mal ein bisschen hier lang, dann... Und natürlich funktioniert das nicht. Aber so funktioniert es halt auch nicht. Wenn ich so... Nein, andere... Ach, ich muss in die andere Richtung. Mensch! Es kommt nicht hin. Wollt mich doch komplett verarschen. Oh. Müsste ich mal wieder heilen. Müsste ich mal wieder heilen. Nochmal. Nochmal. Wir gehen zwei hoch. Zap, zap. Und jetzt... Funktioniert es wieder nicht. Äh, nein, andere Richtung. Jetzt du. Und so. So, und jetzt bist du lieb. Was ist das? Was ist das? Wo? Hände weg! Boah, jetzt hätte ich mich erschrocken. Damage Research 2. Yeah, yeah. Fang aus, gedrecks, du Monster! Und wie hat der Trick funktioniert? Nicht so gut, ne? Ich hab da... Keine Sorgen, Leute. Ich hab gesehen, dass da die Stiefel sind. Ich will nur schon mal gucken, was hier sonst noch rumliegt. Hier ist ne Medi-Station. Toll, ich seh's halt glitzern, aber ich komm nicht ran. Das ist schrot. Hier war nichts, oder? Hier war nichts, oder? Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wie ich hierher gekommen bin. Das sieht alles gleich aus. Hier. Wo willst du hin? Zurück zu deinem Leben? Zu deiner Familie? Das sind alles nur Märchen. Ja, ich hab's verstanden. Das ist genau so real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Ach, mein Teufel. Eine Laune der Wissenschaft. Ein Kind ohne Mutter. Das Ergebnis eines unausgereiften Lebenswirrwisch. Warum zögerst du mich? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Vernötigst du einen unbenutzten Helm? Sieh dich bei Failsafe Armored Escorts da nach oben. Nee, in die Library muss ich nicht nochmal. Hä? Jetzt hat er mich erschrocken. Trink momentan als nichts. Ich hol mir doch mal ein Gesundheits-Upgrade. Nee, da, 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 da. Nein, was? Teufel. Hast du irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Nein. Ach, ich muss da wieder rüber, ok. Ja, gut. Wo finde ich... Wo finde ich hier den Helm? Ich hab da schon alles abgesucht. So. Ach, tut mir leid, Kumpelchen. Es muss sein. Na komm her, Mäuselchen. Nein, nein, nein. Eine läuft hier noch rum. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert. Nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Das ist ohne Little Sister hier. Foto! Hallo? 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 Da kann ich lautet mal. So, jetzt muss ich überlegen, hier war ja auch kein Helm drin. Das weiß doch übrigens hier. Und ich bin Grün, denn ich weiß ogre niemals der Letztestino. Ach, da ist der Helm. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden außer Schmerz. Hier ist gut. So. Erst mal umgucken. Mehr ist hier nicht. Dann nehmen wir uns so ein Helmchen mit. Huch! Ja, ist doch gut. Ach, da hinten. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz... Wo finde ich den? Die Pheromone finde ich ja in dieser Kinderstätte, was auch immer. Main Hall, da lang. Bin ich jetzt richtig? Sieht bestimmt extra... Oh! Du wolltest mich abmauksen! Ich hab dich immer nur angelogen, bis ich gekocht bin! Oh, Körperpanzerung 2. Dankeschön. Dann machen wir direkt noch ein Eve-Upgrade. So. Uh, Winterblast. Äh... Nee. Obwohl, komm, doch, wir machen. Dann sind die auch schon wieder hoch. Da. Trinkt mir das was, den zu hacken. Kommt der noch mit, oder ist der schon erledigt? Was? Dann gehen wir mal hier die Pheromone suchen. Ach so. Das war jetzt gar nicht mehr... Elektro-Volt war gar nicht mehr ausgerüstet. Und ich weiß nicht, wo... Ich habe keine Ahnung, wo hier eine Bot-Abschaltung ist. Das ist nur eine Medi-Station. Oh, okay. 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 Sollte hier unten nicht eine Bot-Abschaltung sein? Nein, natürlich nicht. Boah, ich komme hier nicht mehr... Ich komme mit dieser Karte einfach nicht klar. So. Du gehst hier runter. Und... So. Du kommst mit. Ist eh gleich wieder vorbei. Oh, da kommt gerade einer durch. Oh, da kommt gerade einer durch. Aber natürlich bin ich... Aber natürlich bin ich jetzt wieder schuld, ne? Du hast mich doch hier lang gelotst. Wir sind immer die anderen schuld. So. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020